So, Dr. Bott im Echtdrill. Himmelfahrt. Heiter, schön. Wir laufen. Wir noch nicht. Gehen wir hier hin, oder? Ja? Wir weg, oder? Nein, ist noch da. Das ist doch mal eine schöne Action, nach zwei Stunden nichts. Da vorne sieht man, da ist er im Schild. Okay. Ja, das war's. Höterfisch aus dem Maul gezogen. Der Hecht hat gewonnen. Alles Gute und bis bald, euer Dr. Bott.